Ja, wie gibt man in Viva Designer Text ein? Also wir haben hier die erste Seite. Für den Text brauchen wir hier entsprechend die Textrahmen. Dadurch, dass wir hier schon drei Spalten im Layout vorgegeben haben und angegeben haben, können wir uns leicht mit dieser Fangfunktion behelfen, dass wir hier genau an diesen drei Spalten Textfeld aufziehen. Hier können wir dann praktisch die Datei reinziehen. Die ist wichtig, dass die Datei im RTF-Format formatiert ist, die Wörterdatei. Die kann man jetzt also hier nehmen und hier reinziehen. Und die erscheint dann hier im Dokument. Wenn wir hier beim Textfeld dann so ein rotes Kästchen haben, dann wissen wir, aha, hier ist noch weiterer Text darunter. So weit können wir es gar nicht runterziehen. Da gibt es folgende Möglichkeit. Man macht ein weiteres Textfeld auf, zieht daneben ebenso. Textfeld auf und dann geht man hier auf die Funktionen verketten. Ich wähle also erst dieses Feld an, klicke dann ins nächste Feld und dann habe ich hier praktisch beide Felder verknüpft. Ich habe jetzt hier am Cursor noch eine weitere Option, ein weiteres Feld zu verknüpfen. Da gehe ich einfach auf die rechte Maustaste. Dann ist die Funktion ausgeschaltet und hier kann ich sehen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Zeilen einfüge, dann erweitert sich der Text hier nach unten. Wenn ich hier noch weitere Zeilenschaltungen mache, dann würde auch dieses zweite Textfeld wieder zu klein sein. Wenn ich hier das wieder weg mache, dann sehe ich, dieses rote Kästchen ist wieder verschwunden. Das heißt, der Text, der hier drin ist, in den beiden Feldern, der ist auch dann komplett sichtbar. Okay.